Hallo, das klappt ja wieder. Für Sie wie immer eine Lieferung Premium-Heizöl. Heute jedoch in unserer neuen, noch besseren Qualität. Ich bin echt gespannt, was die neue Qualität ausmacht. Es soll ja die Leitungen, den Tank und die Düse reinigen und sogar von neuen Verschmutzungen schützen. Ist das echt wahr? Klar, schon im Moment der Betankung werden die Zuleitungen gereinigt und das Restheizöl im Tank stabilisiert. Damit haben Sie einen zuverlässigen Energiespeicher im Keller und Ihre Heizung ist zu jeder Zeit voll einsatzbereit. Denn moderne Ölheizungen verbrauchen deutlich weniger Energie. Dadurch erhöht sich aber auch die Lagerzeit Ihres Heizöls. Heizöl ist ein Naturprodukt und im Alterungsprozess ausgesetzt. Dadurch entstehen Ablagerungen. Durch Zugabe der neuen Wirkstoffe wird das Heizöl vor Alterung geschützt. Das ermöglicht eine Lagerung über mehrere Winter. Stabilisatoren im Premium-Heizöl halten den Tank, die Ölleitungen und die Heizölpumpe frei von Alterungsprodukten und schützen vor Korrosion. Die reinigende Wirkung erspart Ihnen teure Wartungskosten. Durch den ungehinderten Fluss des Öls bleiben wichtige Teile Ihrer Anlage, zum Beispiel das Filtersystem und die Ölpumpe, frei von Schmutz. Die wichtigste Funktion erfüllt Premium-Heizöl jedoch im Verbrennungsraum. Durch den sauberen Ölfluss kann das Öl über die Öldüse sehr fein zerstäubt werden. Premium-Heizöl sorgt somit für eine optimale Verbrennung und eine effiziente Ausnutzung des Brennstoffes. Also, dann bis zum nächsten Mal. Und übrigens, wenn Sie in Ihren Keller gehen, werden Sie auch merken, dass es viel angenehmer riecht als vorher. Das ist ja noch besser. Bis dann, tschüss. Ich bin gut gerüstet mit meinem Energiespeicher im Keller und brauche mir über eine sichere Wärmeversorgung keine Gedanken zu machen. Ich heize sparsam und durch die nahezu rückstandsfreie Verbrennung bleibt meine Heizung sauber. Das senkt meine Energiekosten und ist gut für die Umwelt. Sparen Sie mit und fragen Sie bei Ihrer nächsten Bestellung direkt nach dem neuesten Premium-Heizöl mit den neuen TÜV-geprüften Additiven. Sparen Sie mit den neuen TÜV-geprüften Additiven.